Dieser Nährstoffüberschuss, ehrlich gesagt, herkommen soll. Landwirtschaft ist eigentlich in der Nähe direkt am See gar nichts. Was ich mir vorstellen kann vielleicht ist, der ist ja relativ stark verkrautet im Sommer. Und es stirbt halt im Herbst dann, stirbt da sehr viel ab, Herbst, Winter. Was es vielleicht durch die frühen warmen Tage, vielleicht einfach noch zu viel Pflanzenmaterial drin war. Also es ist echt, wächst halt nicht drin. Es gab die Reste von gestern, Kaiserbraten mit Knödel und Kaisergemüse. Ui, sehr gut, das klingt echt gut. Kurz gesagt, ich habe sehr viel, ich habe es der Kaiser nicht geschwarzt, genau. Wie ein Kaiser. Komm schon. Naja, aber... Schauen wir mal. Es gibt ja auch noch Ausweichmöglichkeiten hier. So ist es nicht. Skandal im Schwerbezieher, graus hier. Ernsthaft. Kann ich mich irgendwo verstecken? Ja. Puh. Was ist mit dem See? War gerade nicht hier. Wir haben Algenblüte im See. Wasser ist schön rot. Also nicht knallrot, aber halt rötlich. Da hängen auch überall Hinweise, dass man Hunde nicht aus dem See trinken lassen soll und so. Ah ja. Schauen wir mal. Daumen drücken. Vor auch.